Heute geht's ums Brot. Mit geheimnisvollen Körnern. Und was daraus wächst? Einem besonderen Backofen. Obo, der gerne Brot isst. Einem Brot auf Reisen. Der Knolle, der mit Broten spricht. Und dem Elefanten. Elefanten. Ah, fertig. Das duftet köstlich. Ja, ab dich. Jetzt kommt ein Monster weiter. Wurf. Wurf. Ah! 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 Bonnacall! Eh, was war denn das? Oh! Yup! Ah! 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 Komm schon! Huh? Ja! Oh! Mh, köstlich. Mit solchen Körnern fängt es an. Das sind Weizenkörner. Und das ist Katharina. Die zeigt euch, was man mit einem einzigen Weizenkorn machen kann. Sie macht ein kleines Loch in die Erde, in einem Topf. Und da pflanzt sie das Weizenkorn rein. Der Bauer macht das mit einer Maschine. In dem grünen Kasten sind oben die Weizenkörner drin. Die fallen durch diese schwarzen Rohre nach unten. Und da, wo sich die Räder drehen, werden die Weizenkörner eingepflanzt. Hinten sind noch Haken an der Maschine. Die decken die Körner mit Erde zu. Und was danach in der Erde passiert, das zeigen wir euch mit einem Trick. Das ist ein Weizenkorn. Da kommt was langes Weißes raus. Mit lauter kleinen Härchen dran. Das sind Wurzeln. Und dann wächst eine grüne Spitze nach oben. Die wächst aus der Erde raus. In Wirklichkeit dauert das viel, viel länger. Wir haben den Film schneller laufen lassen. Denn sonst ist es ja ein bisschen langweilig. Aus Katharinas Korn ist auch schon eine kleine Weizenpflanze gewachsen. Auf dem Feld draußen sind auch jede Menge davon gewachsen. Und so sieht das Feld drei Wochen später aus. Und so nochmal drei Wochen später. Alle Pflanzen sind gewachsen. Und auch die in Katharinas Topf. Die ist richtig groß geworden. Sie hat Blätter. Die sind so schmal wie Gras. In der Mitte wächst das hier. Das ist eine Ähre. Draußen auf dem Feld gibt es richtig viele von diesen Ähren. In den nächsten Wochen im Sommer verwandelt sich das Feld dann noch einmal. Von Grün zu Goldgelb. Die Ähren oben auf den Halmen sind alle größer und dicker geworden. Bei Katharina im Topf hat sich die Farbe auch verändert. Und es sind vier schöne Ähren gewachsen. Katharina fühlt man mit den Fingern. Das fühlt sich hart an da drin. Und was da Hartes in der Ähre drin ist, das zeigt euch Katharina gleich. Und was da Hartes in der Ähre drin ist, das zeigt euch Katharina gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Katharina hat ein Weizenkorn eingepflanzt und will uns jetzt zeigen, was hier drin ist. Erst mal abschneiden. Und dann rubbelt Katharina kräftig an der Ähre. Und was ist da jetzt drin? Das sieht aus wie neue Weizenkörner. Und ganz schön viele. Bisschen pusten. So kann man sie noch besser erkennen, die Weizenkörner. Ja, und wie erntet der Bauer seinen Weizen? Er hat natürlich eine Maschine. Denn er hat viel mehr Weizenkörner zu ernten als Katharina. Vorne an der Maschine ist so eine Walze da. Die dreht sich. Da werden die Ähren abgezupft. Und hinter der Zupfwalze gibt es diese Schnecke. Die transportiert die abgezupften Ähren weiter. Und dann geht's zu den großen Anhängern. Da kommen die ganzen Weizenkörner rein. Tja, und was kann man aus den Weizenkörnern machen? Das zeigt euch jetzt mal Katharina. Sie zerdrückt ein paar Weizenkörner mit einem Mörser. Na, da muss man sich ganz schön anstrengen. Und wenn Katharina die Körner zerdrückt hat, dann sind sie zu einem weißen Pulver geworden. Und wisst ihr auch, was das ist? Erst siebt Katharina das Pulver noch ein bisschen. Das ist Mehl. Aus Weizen kann man nämlich Mehl machen. Toll Katharina, du hast dein eigenes Mehl gemacht. Brote, seid ihr klar? Ja. Na, dann kommt mal. Keine Angst, ich weiß nicht. Und los geht's. Halbzeit! Mitte der Sendung! Wie Mehl gemacht wird, wissen wir ja jetzt. In diesem großen Lkw ist ganz viel Mehl. Unten wird ein dicker Schlauch angeschlossen. Durch den läuft das ganze Mehl direkt in die Großbäckerei. Hier sind ganz viele Rohre. Und das mit dem Mehl endet hier in dieser Maschine. Wenn man da hineinschaut, kann man sehen, wie das Mehl in den großen Behälter fällt. Aber nicht nur das Mehl, dazu kommt noch was, nämlich eine Hefemischung und Wasser. Und davon ganz viel. Wenn alle Zutaten im Kessel sind, senkt sich von oben ein riesiger Quirl in den Behälter. Mit Deckel. Der wird fest verschlossen. Der große Kessel darunter dreht sich. Und alles darin wird gut vermischt. Nach ein paar Minuten öffnet sich der Deckel wieder und der Teig ist fertig. Der klebt richtig am Quirl fest. Der riesige Kessel wird gekippt. Und der Teig landet in diesem Trichter. Unten aus dem Trichter fallen jetzt viele kleine Teigportionen raus. Die werden Teiglinge genannt. Und die landen auf dem Fließband. Die kleinen Teiglinge werden rund geformt und biegen am Ende des Fließbands um die Ecke. Noch ein Stück weiter werden sie flach gedrückt. Nochmal ganz langsam. Die runden Teigkugeln werden länglich geformt. Jetzt sehen sie schon richtig nach Brot aus. Aber was passiert denn da? Von oben drücken sich scharfe Kanten in den Teig. Nochmal langsam. Vorher. Nachher. Durch diese Schnitte bekommt das Brot später eine schöne Kruste. Und weiter geht's über das Fließband in diese große Maschine. Jeder Teigling landet in einem eigenen Korb. Hier ist es schön warm und dadurch wird der Teig nochmal größer. Am Ende werden die Körbe mit den Teiglingen ausgekippt. Die sind jetzt fast doppelt so groß. Und von hier aus geht's endlich in den riesigen Ofen. An der Seite kann man eine Klappe öffnen und in den Ofen hineinsehen. Da fahren die Brote vorbei. Am Ende kommen sie fertig raus. Leckeres Krustenbrot. Brot. 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 Hm, ist das lecker! Musik Heute bereitet Bobo ganz alleine das Frühstück vor. Er kann es kaum abwarten, mit Mama und Papa das lustige Brotspiel zu spielen. Musik Fertig! Mama, Papa, kommen! Oh, du hast ja schon den Frühstückstisch gedeckt. Hm, lecker! Brotspiel spielen. Na gut. Okay. Schubidu, Schubidu, welches Brot machst du? Hier, das Brot. Danke. Wurst. Ich brauche Käse. Beim Brotspiel legen alle lustige Bilder auf ihre Brote. Ich bin gespannt, was du dir heute ausdenkst, Bobo. Bobo möchte nichts verraten. Und du? Ich male heute mit Honig. Oh. Das war die Flasche. Schaut mal, ich bin fertig. Löwenbrot. Ja, genau. Und jetzt zeig mal deins, Bobo. Piep, piep, piep. Eine Maus. Toll gemacht, Bobo. Und du, Papa? Überraschung. Bobo. Und jetzt frühstücken. Kann ich bitte die Milch haben? Gerne. Hey, wer hat in mein Bobo-Brot gebissen? Und den Kakao, bitte? Das Brot wird irgendwie immer kleiner. Komisch. Kannst du mir noch einen Löffel geben? Hab ich mir doch gedacht, dass jemand an meinem Brot nascht. Papa tauschen. Leckeres Mausebrot. Aufgegessen. Aufgegessen. Noch mehr. Hm, Weintraub. Bitteschön. Danke. Oh, gar nicht so einfach mit der Gabel. Ui. Lecker. Traubensaft. Fertig. Fertig. Bobo, das war ein tolles Frühstück. Ja, danke. Und jetzt lese ich meine Zeitung. Bobo holt. Bla 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 Bobo, auch liegen. Na gut. Bla, 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 bla. Fertig, neue Seite. Okay. Bobo, schau mal. Hier ist der Bauernhof, wo du mit Opa warst. Bobo? Bobo hört nichts mehr. Er ist doch tatsächlich auf Papas Arm eingeschlafen. Er ist doch bästig. Er ist doch nicht mehr. Wir haben schon mal ein paar Jahre. Wie soll das sein? Wie soll es sein? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Brote, seid ihr klar? Ja. Ist das Spaghetti da? Oui. Ist das Schwarzbrot da? Ja. Ist das Toastbrot da? Ja. Und ist das Kastenbrot da? Ja. Na, na, los. Ende der Sendung. Tschüss. Er ist blau. Er ist schlau. Los geht's. Wo seid ihr? Ja. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön. Dein Freund der Elefant hilft dir sie. Zu verstehe. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön. Sie ist wunderschön. Sie ist wunderschön. Und wenn du morgen aufstehst, gibt's ein Wiedersehen. Die Welt. Die Welt bist du menstrual. Immersschön. Hier.